Der Braut aber ne Weile. Hm, in den Büschen. Ich habe euch den Kopf angezeigt, den vom Sucherbots. Und von vorne? Ja gar nicht. Boah jetzt, ich haue jetzt so die Fresse ein ey. Ah wer wird denn gleich? Hm. Boah. Mistfücher und immer die gleichen Gegner ey. Ja ok, wir hatten die Skelette auch noch. Ja gut ne. Und die Boomer. Hm. Ja. Weißt du was? Hm. Jo. Ist ja. Ist das... Bledigt oder? Ne. Wahrscheinlich noch nicht. Wo du mir vielleicht auch. Naja. Äh, ziemlich lange leben Mission. Ja geht ne. Die andere war ja noch länger. Hm. Das läuft blau, das muss aufheber sein. Mhm. Doch Mist ist sowas. Nein, und woher kenne ich diesen Raum nur? Boah. Komisch ne? Jetzt mal sehen wir hier hinten. Oh. Nächstes das wechselts. Oh. Oh. Ich drücke. Echt drücken. Ja. Natürlich kommen jetzt Gegner. Na. Au. Oh. Oh. Der Knoche hat um die Du. Wui. Nur wenn ich Hütten fände. Nice. Oh. Oh. So. Haben wir's dran. Ne. Doch nicht. Ach, nach uns. Alles wieder so. Klinge in. Fuck go. Ja. Geh dich einführen. Geh dich einführen. Oh. 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 Der wollte seinen Teil zurückholen. Hach. 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 Glaubst du wirklich das sind Ersche? Da ist ein Klingenfutzen. Oh, okay. Das geht natürlich auch. Da, Fuck. Hm. Und nochmal. Im... Was? Im Safer? Hm? Ja. Äh, haben wir hier ne Bank? Nee, die war im Raum davor. Hat zu viel Zeug. Achso. Äh. Da ist ne Bank. Ja, ist egal. Ich hab jetzt die Stahlbecks rausgeschmissen. Das müsste reichen. Da ist gleich ne Bank. Gut, dann machen wir es. Gleich um die Ecke. Ja, ist in Ordnung. Alles gut. So. Erstmal Minipacks herstellen. Erstmal Minipacks zerstören. Hm. Dann haben wir genau. Ja. Ich hab' nicht mehr verstanden. Aber genau. Ja. Ich hab' nicht mehr verstanden. Ich hab' nicht mehr verstanden. Aber genau. Ja, ich benutze die schon permanent Okay, ich arbeite nur mit kleinen und mittleren Für Platzverschwendung Ich finde die großen sind Verschwendung, weil du eigentlich selten wirklich dich komplett hochhalten musst, was die ja tun Äh, die großen hallen nur drei Die mittleren hallen drei Kleinen hallen eins, mittleren drei, die großen sechs Was doch meine ich quasi voll ist oder so Na, jetzt inzwischen nicht mehr, aber ich glaube am Anfang waren das sechs Mach weiter Ja, wir haben eh viel zu viel Leben Ja Wenn man denn nicht gerade mehrfach erleucht wird Wenn man von Leuten, von anderen Leuten, oder die jetzt den Arsch hält Ja Ich mach jetzt die altbewährte Methode in eine Ecksteinung fahren Ja Ich mach jetzt die altbewährte Methode in eine Ecksteinung fahren Ja Ich mach jetzt gleich schneller in den Schlechte Idee BÄM Ja Hinter dich, hinter dich Ach Alles gut Alles gut Ich will hab mich nicht tangiert Okay, man sollte auf keinen Fall einen Faustkampf gegen ihn machen Das ist aber möglich, oder? Ja 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 Schon wieder so ein Klingen-Typ Geh, einfrieren Ach, wie flieh mehr denn? Ja Ja Ah Konnt ich nicht mal auffallen Herrlich Desync? Worum? Achso, nee, du hast noch nicht weitergeklickt, okay Und ich war da eben Nur kurze, gerade Müssen wir hinterher wieder aufräumen Ja Herrlich War das hier? Ja, war hier Oh Oh Eins, zwei, eins So Turtles oder sowas wären ja ganz praktisch Mhm Warum haben wir sowas nicht? Keine Ahnung So, gibt's hier vielleicht irgendeinen besseren Platz zu den Stellen? Äh, soweit ich gesehen habe, kommen die alle von oben rechts Das heißt hier oben links an der Tür Denke ich Dann halb ich's günstig Dann kann praktisch einer nach links und der andere nach rechts verteidigen Naja, wir können's mal probieren Wir haben ja Zeit und so Wir haben ja Zeit und so Mhm Ich drücke Ich drücke? Mhm, ich drücke Ich drücke Ich drücke auch eigentlich Wir haben das alles Ah ne, da ist über uns gleich ein Schacht Ich drücke Ah ja Okay Haben wir das dann irgendwie von drücken Ich geh wieder in die Ecke Ich geh unten in die Ecke Und zwar auch über uns mal so ein Klingeltyp aus, aber Ja gut, das ist dann aber einer Ja Letzer Oh mein Gott Möchtest du doch welcher war Na, was der? Haha Knohohoho Eigentlich hab ich auch noch Waffe So Jetzt, du Ein kleines Assi Vieh ey Jaaaa Kommt der nächste ey Alter, sowas Boah Kackbratzen Jaa, schon wieder einer, komm Jetzt Ich schwör ey Nutz doch auch mal die Stasi auf diese Kack, äh Klingenpratzen T T T Oh Ah, Herrgott Jaa, das ist Das ist jetzt ein wenig halt Kacke T Kackbratzen Geh weg, du geh da So JETZE Stasi, dauern Boah Schon wieder der nächste Alter! Halt die Fresse! Meine Güte! Die Klingen-Typen! Mein Kotzen! Sind da immer noch viele? Hier einen und noch einen. Okay. Hammer, egal. Ja. Ja! Jetzt macht der wieder so eine Spessel-Scheiße! Wo ist er? Da! Oh! Zapp! Ja! Wir haben wieder weg! Wir haben wieder weg! Oh! Hast du dir keine gemacht? Hab ich doch! Aber es reicht nicht! Ja, siehst du? Weil du kleine machst! Ne, weil ich mittler mache! Wenn die mittleren leer sind, dann sind sie nur noch kleine Fresse! Wenig! Da ist ein Kling-Typ! Oh! Boah! Nein! Ich hab mich rechtzeitig gesehen! Gut, also direkt groß! Okay! Ah! Ah je! Hat es sich meistens gelohnt! Der erste wirklich schwierige Moment! In dem Spiel! Wird wahrscheinlich auf der einzigste bleiben! Oh! Oh! Boah! Das hat sich nicht gelohnt! Irgendeine konische Streuung? Ne, danke! Präzisionsspitze! Ja, nicht! Na eben! Wollen wir wirklich die zweite dann auch noch machen? Ja! Weil das lohnt sich ja mal überhaupt nicht! Ja, ich denke mal, das wird dann wieder so eine Karo-Mission sein! Weil wir dann mit der Metro fahren müssen! Oder jemandem, ne? Weiß nicht Metro, wie heißt das Ding? Ist dem unteren Skipp halt! Dann! Alle fackt! Ich würd die zweite jetzt nicht mehr machen! Viel zu anstrengend! Ja doch, ich denk's! Wenn wir dann schon mal da sind! Wir müssen da doch eh nicht hin! Ja, aber! Könnten sie vielleicht ganz interessant werden! Nee! So! So! So, gut! Mach die große! Hab ich schon! Hab ich schon drei Stück! Was ist das? So! 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 Oh! So! Das ist ne schöne Begrüßung, jetzt lass ich mir eingehen. Fühlt man sich gleich wie zuhause. Soll ja Häuser geben, wo sowas normal ist, naja. Weiß nicht, ich wäre schon dafür, dass wir mal zumindest nachschauen, ob's was immer sonst ist oder wird, das ist ein A15. Es könnte sein, dass es wieder eine von diesen Hallo-Missionen ist und die finde ich auf jeden Fall interessant. Von was? Von diesen Hallo-Missionen. Hallo? Hallo. Du. Geburtstag. Torte. Hüte. Hm. Wo bist'n du? Ich schau' dieses Questbuch durch. Hast du. Wil. W- Eeeeh. W- W- Äh. W- Und irgendwas auf, was reich ist. Nicht wirklich. Aber ich schätze nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Ich glaub das war so ein einmaliges Ding. Nee. Das ist ne ganze Reihe von denen. Gibt's auch nur Tiefen und irgendwie alles 5 oder so Karmissionen machen. Die Waffenshow. Na dann. Ja. 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 Ja.